Grüß Gott und willkommen bei Weitblick. Die Verfolgung von Christen nimmt weltweit zu. Das Hilfswerk Kirche in Not, das regelmäßig eine Dokumentation über die Lage von Christen und der Religionsfreiheit weltweit veröffentlicht, hat festgestellt, dass auch das Jahr 2020 wieder sehr blutig für Christen war. Auch die Politik in Deutschland ist besorgt. Markus Grübel, Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit, sagt, von Pakistan bis Nigeria haben Christen Probleme. Der fruchtbare Halbmond ist zu einem furchtbaren Halbmond geworden. Es ist aber nicht nur der islamistische Terror, unter dem Christen zu leiden haben. Christenverfolgung kennt viele Gesichter, über die ich heute sprechen möchte mit Tobias Lehner von Kirche in Not. Herzlich willkommen, Herr Lehner, heute mal auf der anderen Seite. Ich bin mir gewöhnt, das hört mich. Ja, Herr Lehner, Ihr Hilfswerk Kirche in Not, das gibt schon seit vielen Jahren eigene Schriften zum Thema Religionsfreiheit und Christenverfolgung heraus. Es gibt natürlich da ganz viele. Aber warum tun Sie das? Ja, Einsatz für verfolgte Christen und Einsatz für Religionsfreiheit, zu unserer Überzeugung, sind zwei Seiten derselben Medaille. Auch wenn auf dieser einen Seite nicht nur verfolgte Christen steht, sondern auch viele andere Religionsgemeinschaften. Ein Beispiel unter dem Terror des Islamischen Staates, im Irak, in Syrien haben auch die muslimischen Nachbarn gelitten. Gleichwohl gilt, Christen sind in besonders hohem Maße von Verfolgung betroffen. Wir wollen Religionsfreiheit für alle, aber wir setzen uns besonders für die ein, die mit uns im Glauben verbunden sind, wie schon der biblische Ansatz sagt. Sie sagen, Christen sind besonders betroffen von Verfolgung. Warum ist das eigentlich so? Liegt das nur daran, dass Christen die größte Bevölkerungsgruppe weltweit ausmachen? Das ist ein Grund, aber nicht der einzige. Auf den weist auch der aktuelle Bericht der Bundesregierung zur Lage der Religionsfreiheit hin. Andere Gründe kommen dazu. Wo Christen als kleine Minderheit leben, haben sie oft keine politischen und gesellschaftlichen Fürsprecher. Christen sind oft isoliert und gelten für die von den Terroristen ausgemachten Gruppen, zur am meisten gehassten Gruppe. Und ein dritter Grund ist, Christen sind weltweit organisiert. Denken wir nur an das Konzept katholische Kirche als Weltkirche. Genau, sie ist überall. Sie ist überall und gelten deshalb gerade für autoritäre Staaten als besonders verdächtig, weil schwer unter die, ja sagen wir mal, staatliche Oberhoheit zu bekommen. Wenn man Ihre Schriften vergleicht in den letzten Jahren, dann kann man durchaus Entwicklungen feststellen. Es gab Verbesserungen, aber auch viele Verschlechterungen. Welche Region macht Ihnen denn momentan besondere Sorgen? Aktuell ist das besonders der afrikanische Kontinent, konkret die sogenannte Sahelzone, Sub-Sahara-Afrika, Länder wie Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso. Was passiert da? Islamistische Söldner aus dem Ausland sind in diese Länder eingefallen. Man muss dazu sagen, die galten als vergleichsweise sicher und vor allem das Zusammenleben der Religionen von Christen und Muslimen als vergleichsweise spannungsfrei. Dieses Gleichgewicht ist nun empfindlich gestört. Das gilt jetzt für die Länder der Sahelzone mit vielen Hunderttausenden Vertriebenen, mit einer humanitären Situation, die zum Himmel schreit. Viele Organisationen haben aus Sicherheitsgründen dort ihre Helferinnen und Helfer abziehen müssen. Die Kirche ist immer noch da. Die versuchen wir zu unterstützen. Zweites Krisenland, das wir uns große Sorgen machen in Afrika, ist Mosambik. Dort wird vor allem die nördlichste Provinz, Cabo Delgado, gerade von islamistischen Truppen überrannt. Eine Hafenstadt wurde dort mehrfach besetzt und eingenommen. Auch dort Hunderttausende Vertriebene, die Zuflucht suchen, teilweise unter freiem Himmel Kampieren müssen. Die Kirche kümmert sich um die. Ja, also wenn ich Sie recht verstehe, liegt das auch viel durch den Einfluss von außen, aus dem Ausland, wird er gesteuert. Wie ist denn das in Nigeria? Nigeria, da hört man ja auch immer wieder von Terrorangriffen. Boko Haram ist ein Name, der immer wieder fällt. Liegt auch da Kalkül hinter? Was macht überhaupt dieses Land Nigeria so bedeutsam? Ja, Nigeria ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Es ist auch von der Aufteilung der Religionen, 50-50, 50 Prozent, so kann man grob sagen, Muslime, 50 Prozent Christen. Es ist eine, wie soll man sagen, Ideologie der Terroristen, den Beweis zu erbringen, dass Christentum und Islam nicht zusammenleben kann. Das gilt nicht nur für die Nigeria, für viele Länder Afrikas, letztlich weltweit. Boko Haram, Sie haben es angesprochen, der Name bedeutet ja, westliche Bildung ist Sünde. Westen ist gleich Christentum in den Augen dieser Fundamentalisten. Es schien lange Zeit so, als sei diese Gruppe Boko Haram militärisch besiegt. Das war ein Irrglaube. Es hat sich nur die Strategie verändert. Von Gebietseroberungen, jetzt hin zu sogenannten Hit-and-Run-Anschlägen, also schnell zuschlagen, schnell wieder weg. Auch das trifft die gesamte Bevölkerung. Und das gilt nicht nur im Norden des Landes, wo Boko Haram sich breitmacht. In Nigeria sehen wir auch noch eine zweite besorgniserregende Entwicklung. Das ist der sogenannte Fulani-Bauernkonflikt. Die Fulani, ja ein mehrheitlich muslimischer Nomadenstamm, die durch die klimatischen Veränderungen, die auch in Nigeria, in Ländern Afrikas zu spüren sind, gezwungen sind, ihre Herden in immer weitere Gebiete zu leiten. Das oft tun auf die Gebiete christlicher Bauern. Wir erleben, dass es dann natürlich schon immer zu Konflikten kommt. Diese Konflikte aber zunehmend blutig ausgetragen werden. Die Bischöfe der Region haben uns auch berichtet, es werden ganze christliche Dörfer überfallen, Menschen massakriert. Also in zweierlei Hinsicht eine sehr brenzlige Lage. Man geht da schon sehr planmäßig vor. Nun ist Nigeria ja auch bekannt als ein Land, wo das Christentum boomt, wo es auch viele Priesterberufungen gibt. Aber man kann jetzt auch immer wieder hören, dass Kirchen angegriffen werden, dass junge Priester oder Priesteramtskandidaten entführt werden. Steckt auch da ein Plan hinter? Es gibt, glaube ich, eine Wechselwirkung zwischen dem Terror und dieser hohen Zahl an Berufungen. Aber ich glaube, das ist andersherum. Wir erleben in Nigeria, wie auch in vielen Ländern Afrikas, dass gerade dort, wo Christen bedrängt sind, blutig verfolgt sind, der Glaube blüht, kirchenvoll sind. Sie haben die Priesterseminare in Nigeria erwähnt. Wir hatten bei Kirche Not Deutschland einmal den Regens des Priesterseminars von Kaduna hier, auch im Norden Nigerias. Der hat mir erzählt, ich sage jedem Seminaristen, und er hat, glaube ich, über 150 Studenten, eines der größten Priesterseminare der Welt, ich sage jedem, ihr müsst damit rechnen, als Märtyrer zu sterben. Wenn ihr das nicht könnt, geht lieber. Ich verstehe das. Und er sagt, die jungen Männer sind fest entschlossen. Und wir haben von Kirchenot Anfang 2020 eine sehr schockierende Geschichte aus diesem Seminar Kaduna gehört. Es wurde von bewaffneten Einheiten überfallen. Vier Seminaristen verschleppt. Drei kamen nach und nach frei. Aber der Michael Nandi, erst 18 Jahre alt, ein junger Student, wurde getötet, aufgefunden. Das sind die Märtyrer von heute. Es gibt aber auch Beobachter, die davon sprechen, eben weil es so planmäßig vorgeht, die Fulanis und auch Boko Haram, dass da ein Völkermord zu befürchten sei. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich glaube, das kann man teilen, wenn man sich auch vor Augen führt, dass es gerade in Nigeria oft kleine ethnische Minderheiten sind, die christlich sind und auf die ganz gezielt vorgegangen wird. Man sollte sparsam sein mit dem Begriff Völkermord. Ich denke, hier ist er angebracht und man sieht, dieses Etikett Völkermord, diese Bewertung als Völkermord kann auch die internationale Aufmerksamkeit auf diese Geschehnisse ziehen. Und nichts fürchten solche Täter, solche Extremisten mehr als den Druck und das Licht der Öffentlichkeit. Und das kann so eine Einstufung durchaus erreichen. Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Lehner, natürlich werden auch viele Muslime und andere Volksgruppenopfer dieses islamistischen Terrors. Gibt es denn da im Land, bleiben wir jetzt einfach mal bei Nigeria, denn auch so etwas wie einen Dialog der vernünftigen Überreligionsgrenzen hinaus? Den gibt es. Wir sehen bei unseren Projekten, wenn wir Bilder bekommen von diesen Projekten zum Beispiel, in Nigeria betreibt die Kirche Flüchtlingscamps, wo viele Vertriebene unterkommen, natürlich nicht nur Christen, sondern auch die muslimischen Nachbarn, dass dort, wenn ein ranghoher Bischof kommt, immer auch ein ranghoher Imam zugegen ist. Das ist nicht nur eine Verbrüderung, was die humanitäre Hilfe angeht, sondern auch die Verbrüderung, Eskalationen zu verhindern, Frieden zu predigen. Und ich darf aus einem anderen afrikanischen Land, der Zentralafrikanischen Republik, das ja auch von einem schlimmen Konflikt zwischen islamischen, aber auch christlichen Milizen bedrängt ist. Zitieren, da hat der Kardinal der Hauptstadt Bangui, das ist Kardinal Diodone Nassar Palainga, der tritt mit einem ranghohen Imam auf. Und der sagt uns, Religionsfreiheit, das ist für uns nicht irgendein Konzept, sondern das ist eine Frage auf Leben und Tod. Entweder es gelingt uns, religiöse Freiheit, auch die Freiheit des Glaubens für alle herzustellen oder wir gehen daran zugrunde. Und das zeigt, es braucht diese Zusammenarbeit und die gibt es, Gott sei Dank auch. Schauen wir in eine ganz andere Region. Wenn in Nigeria das Verhältnis ungefähr 50-50 war, Muslime, Christen, so ist das in Pakistan ganz anders. Da sind Christen nur eine winzige Minderheit von 2, irgendwas Prozent. Pakistan war jetzt sehr häufig in den Medien präsent, allein schon durch den Fall Asia Bibi, wo Kirche in Not auch sehr involviert war. Hilft Ihnen eine solche Berichterstattung bei Ihrer Arbeit? Ich glaube, zwei Sätze zu Asia Bibi. Also es geht um diese christliche Mutter, die ja wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed angeklagt, zu Tod verurteilt war, zehn Jahre, fast zehn Jahre, glaube ich, in der Todeszelle verbracht hat und schließlich freigesprochen wurde. Diese internationale Aufmerksamkeit hat natürlich, ich habe das vorhin schon angesprochen, das Licht der Öffentlichkeit auf eine schwere Menschenrechtslage gelenkt und das ist immer hilfreich. Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit hilft. Deshalb wollen wir auch die Gesichter der Verfolgung zeigen, solche Beispiele von Verstößen gegen Religionsfreiheit deutlich machen. Aber klar sein muss auch, in Pakistan sitzen auch aktuell sicher Dutzende, Hunderte Asia Bibis in den Gefängnissen. Christen, aber auch Muslime, die wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed, wegen abschätziger Reden über den Islam inhaftiert sind. Es gab viele Initiativen, dieses Blasphemie-Gesetz, das es in Pakistan gibt, abzuschaffen. Ein christlicher Politiker, der sich lang dafür eingesetzt hat, hat diesen Einsatz mit dem Tod bezahlt. Und ja, noch eine zweite Entwicklung will ich, weil wir über Pakistan reden, ansprechen. Wir erleben dort, dass viele christliche, aber auch hinduistische Mädchen entführt, zwangsverheiratet, zur Konversion gezwungen werden. Menschenrechtsorganisationen sagen, es sind fast tausend im Jahr in Pakistan. Es gibt ein Gesetz, das solche Kinderehen und Zwangsverheiratungen verbietet. Darauf berufen sich auch christliche Familien. Wir von Kirchennot unterstützen sie dabei, sie sind ja oft mittellos, um so einen Kampf zu führen. Das hat oft lange, lange gedauert. Wir haben jetzt bei einem sehr aktuellen Fall Arsuraia, eine 13-jährige Katholikin, festgestellt, die wurde sehr, sehr schnell der Hand dieses Entführers entrissen, kam in Sicherheit, in einem Frauenhaus untergebracht. Das zeigt eben auch wieder, Öffentlichkeit schafft auch Aufmerksamkeit für diesen Fall und ist ein guter Beleg für Rechtsstaatlichkeit. Und eben, es war jetzt ein Überblick über einige Länder aus dem mehr islamischen Raum, die islamisch geprägt sind. Aber es gibt ja noch andere Arten von Verfolgung. Welche wären da zu nennen? Ja, wir haben in unserem Bericht Religionsfreiheit weltweit drei Triebkräfte der Verfolgung festgestellt. Über islamistischen Terror, dschihadistischen Terror haben wir gesprochen. Zwei andere wären ja autoritäre Regime, wie wir es zum Beispiel in China erleben, wie wir es aber durchaus auch in Ländern Lateinamerikas erleben, wo man nicht vermuten würde, dass Christen bedrängt sind, auch wenn man nicht von einer offenen Verfolgung wahrscheinlich sprechen kann. Bleiben wir vielleicht mal bei China. Haken wir da mal ein. China war ja ein Land, wo man in den letzten Jahren eigentlich viele Hoffnungen mit verknüpft hat. Da sprach man immer von einem Christenboom einerseits und man hat gesagt, ja, das Land öffnet sich wirtschaftlich, auch durch die Olympischen Spiele. Und jetzt hört man immer wieder, dass da bei der Religionspolitik die Zügel angezogen werden. Warum ist es dazu gekommen? Ja, auch innerkirchlich ja kein unumstrittenes Thema. Man kriegt ja mit, es wurde ein Konkordat geschlossen des Heiligen Stuhls des Vatikans mit der chinesischen Führung, mit einem sehr nachvollziehbaren Ziel. Ich denke, man muss vorausschicken, in China gibt es ja eine offiziell staatlich anerkannte und damit natürlich auch kontrollierte Kirche und die Untergrundkirche, die immer in Einheit mit dem Papst, in Einheit mit Rom gestanden ist und schwerste Verfolgung erlitten hat. Man möchte diese Spaltung jetzt überwinden und den Christen etwas mehr Luft zum Atmen verschaffen. Gleichzeitig aber stellen wir fest, das Regime zieht die Daumenschrauben für Christen, für andere religiöse Minderheiten massiv an. Es gibt, ich glaube seit 2018, neue Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, die unter einem großen Kampfbegriff laufen, der heißt Sinisierung. Sinisierung bedeutet Anpassung von kirchlicher Lehre, von kirchlicher Praxis an die chinesische Kultur und naja, was die kommunistische Führung unserer Kultur versteht, ist dann klar. Das heißt, in einigen, ja, in einer Provinz, die so als Musterprovinz gilt für solche, ja, religionsfeindlichen Vorgänge, mussten Kreuz entfernt werden, Kirchen geschlossen werden. Aktuell war, Kinder und Jugendliche dürfen dort keine Gottesdienste mehr besuchen. In ganz China gibt es, wie man ja mitbekommen hat, in den Medien ein striktes Überwachungssystem mit Belohnung, Bestrafung bei entsprechendem Verhalten, wie es die chinesische Führung möchte. Das macht es natürlich für die Christen nicht unbedingt leichter. Wir brauchen gar nicht so weit von China entfernt zu gehen. Ein Stück in den Westen oder südwestlich liegt Indien, das Land Mahatma Gandhis, könnte man sagen. Ein Land, das sich selbst nicht ohne Stolz die größte Demokratie der Welt nennt. Dennoch kommt Indien in ihrer Berichterstattung sehr häufig vor, leider. Was ist der Grund? Ja, wenn man über Christenverfolgung Indien spricht, wundert das ja manche, weil sie erleben, es sind Priester bei uns in den Gemeinden tätig, die aus Indien stammen. Natürlich, es gibt in Südindien eine lange christliche Tradition, die sich ja bis auf den Apostel Thomas, glaube ich, zurückführt. In Mittelindien, im Norden und Ostenindien sieht die Lage ganz, ganz anders aus. Auch in Indien ist das Christentum eine verschwindend kleine Minderheit von zwischen zwei und drei Prozent. Und es gibt eine starke nationalistische Strömung. Eine Strömung, die sagt, wir sind eine Hindu-Nation und wir wollen es bleiben. Wir erleben das immer wieder mit Argumenten, der hinduistische Bevölkerungsanteil ist jetzt wieder gefallen. Es zu regelrechten Pogromen gegen Christen kommt, gewalttätigen Vorgängen, dass Kirchen geschlossen werden, oft unter Sicherheitsbedenken mutmaßlichen, dass Kreuze eingerissen werden. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, auch wenn es viel Gewalt für die Menschen bedeutet. Es gibt auch strikte Antikonversionsgesetze. Das heißt, wenn ich konvertieren möchte, vom Hinduismus zum Christentum, dann muss das staatlich genehmigt werden. Und jeder, der staatliche Maßregeln kennt, wird wissen, das kann sehr, sehr lange hinausgezögert werden. In einigen Gebieten Indiens gab es sogar richtige Zeremonien, in der konvertierte, christliche Konvertiten zur Rückkehr zur nationalen, zur hinduistischen Religion, zur Waren und zur einzigen gezwungen wurden. Das könnte man uns sagen, das ist ein lokales Phänomen. Das ist es eben leider nicht. Denn der politische Arm dieser hindu-nationalistischen Bewegung, die BJP, die hinduistische Volkspartei, stellt jetzt schon zum zweiten Mal in Folge mit Narendra Modi den Premierminister des Landes. Also es ist auch in gewisser Weise politisch hoffähig geworden. Und das macht uns natürlich große Sorge. Blicken wir noch in einen anderen Weltteil, nämlich nach Lateinamerika. Sie haben das gerade auch schon erwähnt, auch da gibt es autokratische Herrscher. Das ist ja eigentlich fast schon Tradition. Und Korruption blüht da ja auch seit eh und je. Jetzt aber kann man immer häufiger darüber hören, dass dort Kirchen brennen, dass auch Priester angegriffen werden. Was ist da los in Ländern wie Chile? Also in Ländern, wo man denkt, ja, das sind doch quasi Heimstätten des Katholizismus. Ja, Venezuela, Chile, Nicaragua. Es gibt unterschiedliche Beweggründe, aber allen ist eines gemeinsam, dass die Kirche nach der Überzeugung der staatlichen Instanzen spricht, wo sie lieber schweigen sollte. Dass zum Beispiel Mexiko Priesterstellung beziehen zu den Drogenbanden und zig Priester pro Jahr deshalb auch sterben, weil sie von kriminellen Clans ermordet werden für diesen Einsatz. In Nicaragua zum Beispiel war das vermeintliche Vergehen der Kirche, dass sie die Gotteshäuser geöffnet hat, als bei den Studentenunruhen, die es da ja vor einigen Jahren gab, die Kirchen geöffnet wurden und seitdem sehr viel Bedrohung erfahren. Venezuela will ein sozialistischer Präsident nicht, dass die Kirche die humanitäre Situation anprangert. Da gibt es auch Beschränkungen, wenn man darüber zu offen spricht. Und Sie haben das aus Chile angesprochen, die brennenden Kirchen, wo wir letztlich sehen, es sind Menschen auf die Straße gegangen, die demokratisieren wollen, die gegen die Missstände in ihrem Staat aufstehen. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt einen extremistischen Block, der scheinbar alles, was irgendwie mit den Traditionen, den Wurzeln des Landes zu tun hat, ja in den Schmutz zieht und sogar gewalttätig dagegen vorgeht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die von Lateinamerika aus natürlich auch in vielen Ländern festzustellen ist, dass einfach Dinge des Glaubens, was menschenheilig und wichtig ist, ja nicht nur verächtlich gemacht, sondern auch wirklich gewaltsam dagegen vorgegangen wird. Wir haben jetzt eine kleine Tour durch einige Weltregionen gemacht und viele Probleme angesprochen. Gibt es denn auch positive Entwicklungen zu verzeichnen in Ihrem Bericht? Also in unserem Bericht Religionsfreiheit weltweit ist es tatsächlich Irak und Syrien, das mag erst überraschen, aber wo man einfach sieht, der islamische Staat dort ist zumindest militärisch etwas zurückgedrängt. Und das hat zur Folge, zum Beispiel im Irak, die Christen können in ihre angestammten Dörfer in der Ninive-Ebene zurückkehren. Kirchenot hat da den Wiederaufbau massiv unterstützt. Etwa die Hälfte der vertriebenen Familien ist wieder da, kann Gottesdienst feiern. Auch in Syrien im Jahr 2020 wurde dort zum Beispiel in der Stadt Aleppo eine Kathedrale eingeweiht, die schwer getroffen war. Auch wir haben von Kirchenot den Wiederaufbau unterstützt, wo man sieht, das christliche Leben kehrt zurück. Einerseits. Dann kommt das Aber. Und das Aber heißt, viele Christen fühlen sich dort unsicher. Die humanitäre Situation ist schwierig. Menschen stehen vor der Entscheidung, gehen oder bleiben. Und wir haben es gerade mit Blick nach Afrika gesehen. Der islamische Staat ist zwar militärisch zurückgedrängt, die Anhänger sind da, die Kontaktkanäle funktionieren und dieses ideologische Gift wirkt weiter. Das heißt, ein vorsichtiger Lichtblick, aber trotzdem auch wachsam sein und wir von Kirchenot setzen auch die Hilfe gerade für diese Region im Nahen Osten massiv fort. Also die Arbeit der Kirche und auch die Arbeit Ihres Hilfswerks Kirchenot, das ist so ein Hoffnungszeichen. Und Kirchenot engagiert sich ja auch viel beim Thema Dialog, unterstützt weltweit Dialogprozesse. Ist das auch etwas, was Ihnen Hoffnung macht? Gibt es da Ansätze, dass das auch wirklich Früchte trägt, so ein Dialog über Religionsgrenzen hinweg? Ich denke, dass schon ein Beispiel, das mir immer einfällt, das ich sehr gerne zitiere, ist Pakistan. Über das Land haben wir gesprochen, wo wir in engem Kontakt stehen mit einem Dominikaner-Pater, der nichts anderes tut, als immer dort, wo es Ausschreitungen, Pogrome gibt, auch wieder mit einem muslimischen Imam hinzugehen und die Leute abzuhalten, dass die Lage eskaliert. Also das ist schon mal Deeskalation. Dann natürlich Dialoginitiativen, die wir sehen, die auch angestoßen wurden, gesamtkirchlich. Dieses Dokument von Abu Dhabi über die Geschwisterlichkeit aller Menschen, das Papst Franziskus zusammen mit dem Großimam der Al-Hasar-Universität in Kairo, das ist ja die größte islamische Universität, so kann man sagen, unterzeichnet hat, hat schon, das berichten uns auch die Projektpartner, ein Umdenken eingesetzt, Möglichkeiten zum Dialog geschaffen und das wollen wir natürlich auch unterstützen. Das ist natürlich die große Politik. Es gibt natürlich auch das Kleingeld des persönlichen Einsatzes. Wie kann man sich als ganz gewöhnlicher Christ einbringen? Wie kann man Sie unterstützen? Wie kann man sich für Religionsfreiheit einsetzen? Ich denke, es sind drei Schritte, sicher mehr, aber drei Hauptschritte. Als erstes informieren. Ich habe es schon mehrmals gesagt, Öffentlichkeit wirkt, Gesichter der Verfolgung deutlich machen. Ich bin manchmal erstaunt, wie wenig wir von verfolgten Christen hören und das so als irgendwas, was irgendwann mal in Katakomben und im Kolosseum stattgefunden hat. Nein. Und ich denke, es gibt nichts Besseres als ökumenische Zusammenarbeit in diesem Bereich. Der Ökumene, der Märtyrer ist da und ich glaube, da können katholische, evangelische Christen einfach auch gut zusammenstehen. Und das Zweite ist das Gebet. Darum bitten uns auch die Projektpartner immer wieder, betet für uns und sie beten für uns. Da kommt oft mehr zurück. Und das Dritte ist natürlich die tatkräftige Hilfe, also die Spende für Projekte, die wir über 5.000 in 140 Ländern haben. Ja, Herr Lehner, vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihren Besuch bei Kirche in Not. Ich hoffe, Sie daheim haben einige Eindrücke über die Lage bedrängter Christen weltweit gewinnen können. Auch auf Ihre Solidarität kommt es an. Bitte beachten Sie daher auch die folgenden Hinweise. Das war Weitblick. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Der Kalender der Märtyrer und Zeugen der Liebe von Kirche in Not kostet einen Euro zuzüglich Versandkosten und ist erhältlich bei Kirche in Not in München. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017